Lang, aber auch nicht kurz. Durchschnitt. Ein bisschen lecken tut's schon. Ah, du kleine Bitch. Was soll nicht? Scheiße. So, ja, ja, ja. Ah, klatscht mir einfach das Item. Ich glaub's nicht. Gut, gleich sind wir in der letzten Runde. Genau jetzt gleich. Die Musik ist ja natürlich auch schneller. Es ist immer so bei Mario Kart. Ah, verdammt. Mario ist ausgerutscht. Wenn ich jetzt Erster werden kann, bin ich auch Erster, glaub ich. Was? 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 Du dumme Pflanze. Das kann's doch nicht sein. Am Ende werde ich dann auch noch von so einer Pflanze aufgefressen. Das war's. So gut wie. Es sei denn, ich bekomm jetzt drei Panzer oder so. Was ähnliches. Einer, na, ob da... Ob einer reicht? Ja, es reicht einer. Ich hab's schon gedacht... Ah, nein! Erster, 42, 10. Das war, glaub ich, die schlechteste... Ne, sogar die beste, okay. Obwohl ich da von der Pflanze erwischt wurde. Warum das denn? War ich so schlecht? Das ist doch unfair, sowas, ey. Das kann ich nicht glauben. So, ich bin natürlich mit Peach Erster. Du blöde kleine Kuh. Dann kommt Mario mit 12, Yoshi mit 3. Da kann ich schon mal sehr sicher sein, dass ich auf jeden Fall unter den Top 3 komme. Ich brauch ja nur mindestens Ritter werden. Star Cup, Bowser, Castle 3, Finale. So, mal sehen, wie das hier aufgebaut ist. Welche Überraschung hier versteckt ist. Okay, da war schon mal die erste. Ne, ich will Peach treffen nicht, Yoshi. Oh, geh weg. Hallo. Hätte ich ne Hupe. Wäre wahrscheinlich weg. Na gut. Ah, diese Teile bringe ich hier... Das sieht doch genauso aus wie die anderen Scheißcastles. Nur der Hintergrund ist anders, glaube ich. Solche Kurven hasse ich. Ich war überall immer gegen, weil ich... Nie mit der Steuerung hier klarkomme. So, jetzt. Ein Geist. Na, ganz toll. Ja, klar. Und ich bekomme so ein Scheißteil und schieße auch noch total ungerade. Somit verliere ich das. Oh, da war gerade Kamek. Oder? Hieß die Hexe Kamek? Weiß ich gar nicht mehr. Ne, das war, glaube ich, der Kleine. Jetzt pass auf. Jetzt! Ah! Was? Die ist nicht ausgerutscht! So, Kopf-an-Kopf-Rennen ist zwar erst die zweite Runde, aber für mich ist es... Ist jede Runde kostbar. Dieses Mal war es gar nicht so schlecht von mir. Die Kurve habe ich einigermaßen gut getroffen. Bin natürlich noch ein bisschen abgeprallt, aber... Habe so gesehen nicht viel Zeit verloren, wie ich es normalerweise tue. Die Kurve war auch gut. Und ich wette, ich mache am Ende der letzten Runde wieder einen Flüchtigkeitsfehler. Oder am Anfang. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall neige ich oft leider dazu. Ich muss jetzt nur erst... Was war das jetzt schon wieder? Oh! Verdammt! Da kommen die scheiß... Was?! Da kommen die Flüchtigkeitsfehler. Ich hasse solche Teile, ey. Was? Was willst du denn? Scheiß Peach! Ich habe mich da jetzt nochmal weggeschubst. Das kann ich ja gar nicht verstehen. Oh, Mann! Hier mal diese blöden kleinen Fehler. Und es ist nicht mehr viel Strecke. Es ist sogar sehr wenig eigentlich. Ja. Ah, sie ist runtergefallen. Keil erster! Beach, zweiter, dritter, Mario, vierter, Yoshi. Meine Flüchtigkeitsfehler werden in diesem Rennen nicht. Bestraft. Ja, insgesamt haben wir dann einen Punktestand von... 30 Punkte hat Bowser, bin ich. 27 Beach, 15 Mario, vier Yoshi. Und den Rest, den kann man wieder aussortieren. Und endlich bin ich mal wieder nach langem auf Platz 1. Juhu! Tadam, tadam! Gratulacion! Bowser Day! Und ganz viele Münzen. Vielen Dank, aber ich will sie gar nicht haben. Äh, achso, A-Drückung, stimmt. Ja, schön, interessiert mich nicht. So, Mario GP 50 CC, Bowser. Äh, was soll die Scheiße jetzt? Ich habe hier doch alles gemacht. Was wollen die denn? Wieso bekomme ich jetzt nicht das? Na gut, dann machen wir jetzt einfach den 100 CC. Und zwar den Marshmallow Cup. Den kennen wir ja schon. Na gut, 100 CC. Mal sehen, ob ich da jetzt mithalten kann. Ich konnte noch kaum bei 50 CC mithalten. Naja, ich wurde zwar Erster, aber das war wieder sehr knapp eigentlich. Jetzt 100 CC und es ist noch schneller. Und ich habe Angst. Ich habe Angst, ja. Boah, was ist das denn? Ist jetzt schon schnell. Boah, es ist viel zu schnell für mich. Und ich muss gleich niesen. Also bereitet euch davor. Ne, doch nicht. Geht. Geh weg, Yoshi, ey. Ah, du scheiß Bauben. Na. Na, so. Alter, wo bleib... Die sind ja nicht Jahre entfernt von mir eigentlich. Einfach loswerden. Und jetzt. Langsam einpedeln. Ah, pendeln. Ah. Dieser Baum. Ich glaube es nicht. Ah. Genial. Genial.